so nächste mission für rasal oder wie das heißt mission briefing bla 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 340 stunden bla 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 7 damage coverage das machen damage coverage ja komm mal damage coverage wir müssen so viel wie möglich so ich nehme atlas ich nehme atlas sagt kaum ein dicker so wenig wird nicht fertig 85 tonnen wird nicht verändert er wird noch nicht fertig nämlich über schwere 2s das war ja der hatte nicht noch so oder weil ich baue mal ganz kurz den atlas noch mal kurz um also nur nur vom loadout er von den wirken groups ja umbauen kann man nicht weil ich glaube das ist keine zeit mehr ja ja ich war doch mal wo ist denn was ach so waffengruppe okay ich baue den gerade den falschen um vergesst es wo sind der atlas da sind der atlas ja weppel groups so die arz hat ac 20 ist die 1 und die zwei machen wir die dm smr sechs raketen so ist da so eine richtige damage und dann machen wir die em laser in die drei aber noch was ne 1 die lmr aber die lmr die drei die kann in die vier so noch mal so so apply so ein bisschen o beine der gute naja kann ich alles haben so ich würde sagen attacke ready werden alle sterben da waren aber ein paar schöne max mit bei die man kaufen konnte naja das meer ok destroy artillerie ist schon sekundär was ist primary go to target artillerie ist schlimm jaja artillerie ist schlimm ich weiß nicht was wir zuerst machen besten erst mal gerade im russ wir könnten natürlich die artillerie wollen wir die artillerie vernichten ja dann kommen wir besser ja dann machen wir das auf mich wir vernichten zuerst die dann gehen wir jetzt hier erst nach rechts und machen die artillerie weg ja ja aber die ist ganz böse erst mal hier die neuner also die bei 900 meter steht die erl da ist ein wauw wir werden beschossen daneben lööse artillerie oder das treu sattelite ablenkt was macht das kommt da etwas gelandet oder ja ich kümmer mich mal um die artillerie da hinten in 300 metern ja ja ich geh auch da ach so du bist woanders ich mach den satelliten ablenkt kaputt ja ok alles voll oh ich kann gar nicht mehr auswählen au 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 ja wohl vielleicht hast du schon mach ich was anderes ich lauf mal drüber sooo aber au 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 www so eine eine radar station ist weg da expert europäische dass die könnten aus proposed gut ja 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 ich war nur wo die artillerie über weg oben rechts und zwar in richtung keine ahnung wo wo ist der hin habe ihn vor mir den weg da bin gleich bei dir ich bin bei noch einer artillerie bald glaube ich ja ich sehe den schuss zumindest zum wohl vorwiegen ich bin da ich bin da ah shit bleibt doch mal hier ich denke der bleibt hier der schießt auf mich alles voll mit rot aua 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 manchmal schießen sie nicht auf mich ist er gespeichert? ja glaube ich stirb oh ah da ist der nächste so der ist weg oh da ist schon gleich der nächste ja ja und wieder artillerie weg ooooh oh shit oh shit ich marschier da gleich doch ne ganze ding ja mach die artillerie eins zwei drei vier fünf sechs stück mach sie bloß weg wow aber ich bin gehetzt die kroppe kaputt du und ich beide wissen der einzige Grund warum er in der Top-Jaws ist wegen seiner Nachricht mit Comstar der ist nicht so gut hier gerade es ist nicht so gut es ist nicht so gut es ist nicht so gut mehr wir haben einen hunchback hinter uns der macht ziemlich damage Ah, daneben Einer weg Achtung, Rettbeard, ich lauf dir mal vor die Plinne Ist der weg? Oh, da vorne sind Der Anschluss ist weg Da kommt der nächste Was ist complete? Vielleicht das mit der Ja, Archillerie habe ich alles Ich werde jetzt voll beschossen von irgendwelchen kleinen Ein Firestar ist vor mir Und noch ein Mech Okay, ich gehe da raus So schnell wie möglich Puh So Ich habe einen Arm verloren War aber zum Glück nur ein Laser drin Kann den nicht treffen, ich bin voll umzickelt von irgendwelchen Gegnern Lauf Wolf, du bist aber auch alleine los hier gerannt, ne? Kann das sein? Ja, ich bin auch hin jetzt Leider gestorben Oder auch so irgendwas Was denn, sind das Mechs oder kleine Fahrzeuge? Also bei mir waren Mechs Red, siehst du den Firestarter geradezu? Ne, meine sind sie aber zu schwach Aber eher schaut es auch nicht mehr gut aus Ja Naja, immerhin Auf die Mütze, würde ich sagen Ich meine, wir haben davor gespeichert Es war vielleicht nicht so gut, dass wir uns aufgeteilt haben, Wolfief Ja Aber ich wollte halt unbedingt die Artillerie, weil die so So böse ist Zerstören Was müssen wir denn noch machen? Den Satelliten ablenken und Drei Feinde zerstören Der ist oben noch Noch drei Feinde Ja, also die mit dem Totenkopf dann überhaupt Ja, die waren bei mir Ja Also einfach in meine Richtung Treffe ich da irgendwas, bin mir nicht sicher Irgendwatt treffe ich Irgendwatt treffe ich Verstehe ich da irgendwas Stirb 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 War's das nicht? Du stirb doch mal So, wo ist der andere? Da hinten Der muss weg Jawoll Ja, ja, komm, lande Lass das doch mal So Wie viel jetzt noch? Wie viel? Noch zwei Ich versuch mal Ne, versuch ich nicht Wo ist denn der hin? Hinter uns ist noch einer Ja, das kaputte Teil wird uns noch angezeigt Warum? Weiß ich nicht Bröckel, Bröckel Bitte lass die Mission nicht kaputt sein Vielleicht müssen wir da noch mal drauf treten Oh weh Können wir das dann noch machen? Zwei Einheiten noch Ja, da war er gerade Aha Ahaaa... Da ist er wirklich da, ja? Ja, da ist noch ein Thunderbolt. Ich stürm. Zum Glück ist er so großes Ziel. Nein! Oh... Der hat den Atlas vernichtet. Mach ihn weg, Redbeard! Wahnsinn ist das! Boah, ich bin auch weg! Jawoll, die KI ist super! Ja, die KI reißt es! Game over! Warte mal, dann machen wir einfach noch mal Restart-Mission. Komm! So... Das war zwar eine nette Idee mit den... Mit den, äh... Mit der Artillerie, jetzt ist die Frage, ne? Ähm... Also mich hat die Artillerie ziemlich... ...zusammengeschossen. So, dann lassen wir mehr oder weniger zügig in Richtung Artillerie gehen. Wo waren denn die? Ich glaube da war irgendwo einer da hinten. Also die erste war rechts und die meisten sind glaube ich links irgendwo. Ja... Dann gehen wir erstmal nach links und machen erstmal die Artillerie. Aber wir machen die Mechs, äh... die wir da unterwegs finden, äh... noch kaputt. Ja... Mein größtes Problem, was ich mit gerade habe, ich habe die... ...Kurzstrecken auf Langstreckenraketen gemacht. Wo gehst du denn jetzt? Ich schaue den anderen... Achso, Volt. ...nach, wo der ist. Da war er irgendwo in der... ...in der Richtung, glaube ich. Lauf ich hier richtig retteniert? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Boah, da sehe ich schon. Ich habe mich wieder angerufen. Meine Fresse versichert los. Oh Gott. Sehr beliebt. Ja, ich gehe schon in die richtige Richtung. Da ist eine. Die verlaufe ich jetzt einfach. So, Artillerie voraus. Bist du da, Rettbeard? So, eine hin hinter dir. So, eine hin hinter dir. Oh Gott. Wir haben uns schon wieder getrennt. Wolf, wir kommen her. Ja, aber ich habe die eine zerstört, die da hinten ist. Die eine? Nicht ja nix. Dann komm hinterher. Komm. Ja, ich komme ja schon. Ich folge. Diese dusselige Artillerie. Daneben. Machst du da die Bäume abfackeln? Ich fähre nicht dumm. Ein Radar habe ich zerstört beim Vorbeilauf. Sehr gut. Komm nicht hinter dir her, Rettbeard. Du bist zu schnell. Gute Träume. Bei mir sind drei Gegner. Aber die, da versuche ich davon zu kommen. Wo ist das? Wo ist denn der? Ah, da. Sind ja ganz wenige Artillerie. Arteria placement destroyed. Oh. Ich treffe hier irgendetwas. Kommt ihr da hinten klar? Ich bin hinter dir, alles gut. Lass uns da um die Eckkette laufen. Oh Mann. So, das war gar nicht mal schlecht bis hier hin. Zwei Max von hinten, lass mal weg holen. Ja, da bin ich davon gelaufen vor denen, weil ich die alleine nicht hinkriegen. Oh Mann. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Er ist hinüber. Irgendwas ist da noch hinter uns. Ja. Warte, ist hier denn der da? Der kleiner ist nerviglich. Seh ich. Boah. Zwei weitere Max von hinten. Treff die Sau nicht. Ich. Es ist heftig. Okay. Wenn ihr den da hinten habt. Boah. Oh, es ist aber nicht schön hier gerade. Es ist aber nicht schön hier. Ich stehe jetzt bald mal weg. So, Target weg. So, Target weg. Keine Ahnung, wer hier Ball hat. Ach, wer ist das? Hat der da riesenloch? Ah, einer. Dann gehe ich zwar da mal hin. Ich mache erstmal die Werkzeuge. Okay. Ey, ich hasse die. Oh. Oh. Okay. Eine Artillerie ist weg. Alle Artillerie sind weg. Ja, ey. Ich treffe! Jawoll. So. Mir geht es noch erstaunlich gut. Wo kommen die Verbündeten Max denn her? Ich weiß nicht. Kann sein, dass die sich mit der Vernichtung der Artillerie... Ja, da gibt es dann so Zwischensachen. Ja. 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 Sieht besser aus als vorher. Ja. Noch einiges. Da kommen Max drunter. Wo denn? Nicht um Südwest. Ja. Ja. Ich komme erstmal zu euch. Sollen wir das erobern? Ja, vermutlich, ne? Ja. Das müssen wir erobern. Ja, ich bin jetzt. Ja. Ja. Oh, wow. Ich hab Max hinter mir. Wann hast du hinter dir? Max. Böse, böse Viecher. Okay, gehen wir mal ran. Der Panther ist der Erste, der kommt hier um die Ecke. Jawohl, wieder eine Tashirt. Panther ist weg. Da hat sie Sicht. Der wäre auch weg. Das war schön. Mein Feind noch. Puh, da ist noch was zum Looten. Holt das noch wer? Ah, warte, ich geh hin. Ja. 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 Wir haben jetzt zwar das Sekundärziel, äh, das optionale Ziel nicht gemacht, aber... Ich kann ja versuchen, das zu treffen. Ich kann ja versuchen, das zu treffen. Puh. Herr Doktor, das ist nicht. Der ist Backtrust. Achso, okay. Das weiß er nicht. Ich habe keine Waffe verloren. Wie sieht es bei euch aus? Ja, es ist zwar gelb jetzt im... Was ist jetzt los? Das ist nicht. Das war gut. Nein, jetzt kommt die Nächste. Oh weh. Ich erlebe den letzten Angriff. Nächste Welle. Äh, wo ist denn der nächste Angriff? Da kommen sie. Wo ist da? Da, da siehst du ja. Das sind Bomben von dem. Grett wird versucht, das Ding auszuknipsen. Tschüss, Klaplade. Allerdings nicht. Äh, erster ist der Wolverine. Boah. Ach, da oben sind ja Fahrt. Das sind Flieger. Ja. Und jetzt sagen wir, wir sind die so. Okay, Flieger sind weg. Kann ich ja nur ein Geheiz doch. Au, au, au. Au. Wer denn? Wo denn? Ach da. Shit, wo kommt der denn her? Was zum Henker? Was ist einer von den... Bösen Jungs? Stirb doch mal. Au, au, au. Haha, ja. Ja! Auverste Leutnant Miraborg. Secure the area and prep for our arrival. After what he did on Russell Hague. Don't expect Marcus Cori... Russell Hague. ... to come for us. You'll make us fight for an every meter of the system. Da kommen Dropchips. Puh. Das muss egal sein. Wir sind durch. Haha, haha. Haha, haha. Ich würde sagen, das war... Aua. Aber? Wir haben noch alles. Ja. Also gleich zur nächsten Mission. Ja, ja. Juhu. 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 Aufgefresse. Äh, ich meine... Kann ja nicht so schlimm sein. Haha. So, was haben wir gekriegt? Knapp 5 Millionen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Looten können wir eh nix. Äh... Nehmen wir ein paar M-Laser mit, wa? M-Laser und... So. Mission Briefing. Ist die Frage, ob wir das... Wie man die repariert? Vermutlich nicht. So. Elf Tage. 24 Tage der Atlas. Oh moll. Aber guck mal. Mal gucken. Schade um den Atlas. Erstmal wird gespeichert. Irgendwas haben wir ja hingekriegt. Safe. Sauber. Ja. So, habt ihr alle repariert? Ne, der Cutter... Der Cutter Trinkster, der ist noch nicht ganz so. Ja, zwei sind auch noch nicht repariert. Ich guck mal kurz, wann die... 350 Tonnen... Sag mal, ist jetzt bald gut. Was ist da drin? Schwerer Laser. Äh... Sh type... Mech Markets? Wie viel haben wir denn? 7 Millionen. Töhöööööööööö... Normalen und dann alles reparieren. Der Haupt da hat alles. Ich guck gerade mal, was wir hier so haben. Nichts, was sich in irgendeiner Form in unserer Preiskategorie bewegen dürfte. Sondern wir verkaufen wieder mal... 2, 3 kleinere. 14 Tage. Wie viele Tage haben wir denn überhaupt? Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wie viele habt ihr? Ich wollte mal ein bisschen umbauen. Ich kann ja mal auf Continue. Ich sage mal auf Continue und sage mal 7 voll in die Damage Reduce gehen in 11 Tagen 11 Tage, dann kann ich das umbauen vergessen. Du kannst die Knicke, du kannst die Knicke kennen. Das wird alles nicht fertig. Atlas und Zeus.